RTL verspricht für die nächste Staffel von Let's Dance einen frischen Wind auf dem Tanzparket. 2018 werde die Sendung von Daniel Hartwig zusammen mit der Österreicherin Victoria Swarovski 24 moderiert, teilte der Fernsehsender auf seiner Homepage mit. Die 24-jährige Popsängerin ersetzt die Niederländerin Sylvie Mais, die in der Tanzshow seit 2011 an Hartwigs Seite war. 2012 wurden sie dafür mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. 2017 moderierten sie die Sendung zum siebten Mal, Jill Oferim gewann die zehnte Staffel. Fotos, das ist Victoria Swarovski, Foto RTL, Conny Mirbach in der Bild-Zeitung äußert sich Mais wahnsinnig enttäuscht. Die Zeitung zitiert die Niederländerin mit den Worten Vor einigen Wochen teilte RTL mir mit Mein Deutsch sei nicht gut genug, um ein weiteres Mal durch die Show zu führen. Sie müsse die Entscheidung des Senders akzeptieren, könne die Begründung aber nicht nachvollziehen. Es gab nach jeder Sendung ein paar Leute, die sich in den Sozialmedien über meinen Akzent lustig gemacht haben. Dass es deswegen so weit kommt, hätte ich aber nicht gedacht. RTL wies zurück, dass Mais-Akzent der Grund für den Wechsel an der Seite von Hartwig gewesen sei. Wir wollen Let's Dance erneuern und haben uns auch zu Veränderungen der Komoteration entschieden, schreibt der Sender auf seiner Website. Das Unternehmen habe mit der Niederländerin über sieben Staffeln hinweg sehr gern und erfolgreich zusammengearbeitet. Die elfte Staffel von Let's Dance ist für das Frühjahr 2018 angekündigt worden. Die Outfits von Sylvie Mais-Foto-DPA-VS Warowski hatte 2016 an Let's Dance teilgenommen und die neunte Staffel der RTL-Show mit ihrem Profitanzpartner Erich Klan gewonnen. Die Sängerin wurde 1993 in Innsbruck geboren. 2016 saß sie neben Dieter Bohlen und Bruce Darnel in der Jury der Sendung Das Supertalent. Über ihre neue Aufgabe sagt die Österreicherin nach Angaben von RTL Ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich darüber nachdenke, was für eine große Ehre es ist, die Nachfolge meiner Freundin Sylvie Mais antreten zu dürfen. Wer? 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 Wer?